Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfilled Plays bei einer weiteren Runde Heroes of the Storm. Ich spiele mal wieder mit Jaina. Letzten Endes einfach, weil ich die nochmal ein bisschen pushen muss vom Level her, dass ich wieder ein bisschen Belohnung abfarmen kann. Hat jetzt so eigentlich keinen besonderen Sinn, außer dass ich Belohnung abkassieren möchte. Hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber am Anfang habt ihr halt nichts und ohne die Belohnung müsste ich echtes Geld in die Hand nehmen. Da ich das Spiel aber einfach nur ausprobieren möchte und ich soweit jetzt eigentlich noch nicht bereit bin, dafür Geld auszugeben, muss ich natürlich gucken, wie ich ein bisschen zu Potte komme. Ganz, ganz einfach. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Ja, ist ja gut. 5, 4, 3, 2, 1 Hört mich interessant an. Meinetwegen. 4, 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 4, 5, 1 Das war's für heute. 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 Ich muss mal gucken, wie man es macht. Wenn ich jetzt zu spät sehe, ist das richtig? Die Trachten sind transportbereit. Oh, hey, komm. Ein Tick schneller vielleicht. Hört sich gut an. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Ja, ist mir jetzt wurscht. Ich muss irgendwas kaputt machen. Ich muss irgendwas kaputt machen. Das war's für heute. Gut, bleibt ihr doch einfach da oben und ich kümmere mich drum. Das war's für heute. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Das war's für heute. Gut. Ich bin hier auf dem Weg. So was muss man halt machen? Nein, ich würde aufkommen. Ich verliere keine Zeit. Die gegnerische Fracht feuert. Schauen wir, wie euch das... Wir haben das Band wieder bei uns. Hört sich interessant an. Ich verabscheue es, gewalt anzuwenden. Wie ist der Einzelne, den das juckt? Irgendwie schon. Die verlassen sich da ein bisschen arg auf mich, ja? Bom, jetzt fahre den Charakter. Also ich bitte dich. Ich bin unterwegs. Hört sich gut an. Also früher, hier ist es. Aber ich möchte hier sprechen. Aber wenn ich mir immer hier unten gehen, kann ich nicht dafür gehen. Was ist das? Schauen wir, wie euch dämpft, das Geld. Was ist denn so schön? Ach, das Scherz. Schauen wir, wie euch dämpft. Die Fracht des Gegners ist heute wieder bereit. Gut gemacht. Ihre Fracht ist wieder transportbereit. Ihr Terramor! Ich kümmere mich darum. Die Fracht des Gegners ist wieder transportbereit. Ich verliere keine Zeit. Auch nicht schlecht. Diesmal lief's gut. Finde ich okay. Sieg ist immer gut. MVP. Mhm. Äpisch. Okay. es würde bedeuten ich war grottenschlecht und komme ich mit klar so was haben wir noch schönes mhm mhm Schick. Leicht hässlich. Kostlos spielbar, schwer. Ja, komm. Hauen wir den mal rein. Hey, Diablo, hallo. Wer kennt das fette Viech nicht? Naja. Zittern ist vielleicht jetzt nicht ganz der korrekte Ausdruck, aber... Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Diablo habe ich noch gar nicht gespielt. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es bis zum Wochenende war oder ob das jetzt noch bis Ende dieser Woche gilt. Wenn man sich anmeldet bei Heroes of the Storm 2.0, bekommt man irgendwelche Bonus-Gedöns und kann sich dann so ein... Werd glücklich mit 20 Helden Package kaufen und da war, glaube ich, ziemlich jetzt alles dabei, was ich habe. Oh, das ist jetzt die erste Runde, wo einer dabei ist, der weniger Level hat als ich. Und der ist befreundet mit jemand, der hat Level 41. Da wird doch wohl keiner ziehen. Tracer Level 50, Hut ab. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt lassen wir mal gucken, Schattenstoß, Feuerring, Unterwärme. Ah ja, okay. Dramatische Musik Dramatische Musik Was ist das? Ihr könnt euch auf das Schlachtfest vor. Wähle ein Tanen. Fahre uns! Aktiviert den Schrein und vernichtet seine Wester. Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen. Erzickere vor mir. Erzickere vor mir. Der Bestrafer wird den Schreck erfüllen. Der Bestrafer wird den Schreck erfüllen. Hahaha! Der Bestrafer wird den Schreck erfüllen. Der Bestrafer wird den Schreck erfüllen. Erzickere vor mir. Erzickere vor mir. Der Bestrafer wird den Schreck erfüllen. Ihr könnt ihr nur, ja vor mir's Dir besser kommen. Das war's für heute. Ja, ist glaube ich besser so. Einmal kurz rückwärts hier. So, wir sind jetzt zwar hier richtig schön am drücken, aber zu zweit eine Topline auspushen, halte ich jetzt auch nicht unbedingt für schlecht. Okay. 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 Ah, komm. Okay. 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 Um, Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.